Hallo und herzlich willkommen zurück. Für das Video heute solltest du bereits wissen, was die Vektordarstellung ist und wie man mit Vektoren rechnet. Du solltest auch keine Probleme mehr mit dem Pythagoräischen Leersatz haben, denn wir werden uns heute die Raumdiagonale eines Quaders berechnen. Es geht also um das Fenster Raumdiagonale eines Quaders vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Die Aufgabenstellung hier lautet, berechte die Entfernung klein d der dargestellten Eckpunkte a und b des Quaders. Das heißt also, wir sollten uns hier diesen gelb eingezeichneten Abstand in diesem Quader berechnen. Dazu schauen wir uns mal an, welche Längen wir eigentlich gegeben haben. Wir haben hier die Höhe des Quaders mit 2, die wir ebenfalls hier finden. Für die Berechnung brauchen wir auch noch die Diagonale der Grundfläche, die wir hier mit klein f bezeichnen. Um diese zu berechnen, haben wir zum einen die Länge gegeben mit 3 und auch hier die Breite mit 1. Mit Hilfe des Pythagoräischen Leersatzes können wir uns nun die Diagonale f ausrechnen. Das heißt, f ist gleich die Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. Wir kommen zurück zu unserer Raumdiagonale klein d und können diese jetzt mit Hilfe von f auch schon berechnen. Das heißt, klein d ist gleich die Wurzel aus f zum Quadrat plus 2 zum Quadrat und wir setzen nun für f das oben berechnete eben ein. Das heißt, 3 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat ist gleich die Wurzel aus 14 ist gleich 3,741 cm und wir haben uns schon die erste Raumdiagonale eines Quaders berechnet.